... der Treppe. Hier bin ich. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, Jake. Arvis. Welche Ehre, dass du dich an mich erinnert. Warbrite hatte leider keine Zeit. Deshalb musste ich einen digitalen Stimmelzampfer verwenden. Seit wann schickt sie denn ihren Laufburschen zur Verabredung? Du warst lange weg, Jake. Ich bin inzwischen General. Ich hab' hier das Sagen. Das wird Warbrite sicher nicht gefallen. Warbrite ist Schnee von gestern. Die Zukunft heißt Sonny Okori. Ach, treibst du gerne Sportkardigen? Ich hab' keine Zeit für alberne Spielchen. Aber klar hast du Zeit. Ein bisschen Ausgleichsport hat noch keinen umgebracht. Vargas? Ich habe es nicht gesehen. Du warst. Dieutos sind. Die. Ah! 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 Schloss! Wo ist das? Nein. Ja. 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 Komm schon, verdammt gehen nicht aus der Schusskriege. Wiedersehen, Spaßfreund. Und jetzt bringst du mich zu Warbreit.